2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 14. 15. 15. 10. 16. 16. 19. 20. 21. 20. 21. 22. 22. Weil kein Energydrink auf der Welt gibt dir so viel Energie wie Jesus. Ich möchte euch ermutigen, probiert das mal aus. Und ihr werdet sehen, das Wort Gottes verleiht Kraft und Energie für den ganzen Tag. Hey, merci. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.